Guten Nacht, euer Gönner mal wieder am Stizzl. Ein bisschen verspätet, es tut mir leid, ich hatte ja auch eigentlich versprochen, über die Ferien ein paar mehr Videos zu machen, aber da bin ich leider nicht willkommen, aus verschiedenen Gründen. Aber wie dem auch sei, heute das Thema ist folgendes, und zwar wollte ich nicht mal drüber auslassen, wie scheiße ich es doch finde, dass man auf dem PC die Spiele alle anmelden muss. Ich weiß schon, Kopierschutz und so soll das natürlich fördern, dass man die nicht mehr kopieren kann und so. Aber es nervt halt trotzdem, weil es halt auch nicht reicht, dass einer ein Kopierschutz-Dings hat, was alle benutzen, sondern nee, die haben alle nochmal ein eigenes Ziel, Origin oder Uplay oder wie auch immer das heißt. Ich meine, bei Steam sage ich ja gar nichts, das funktioniert ja wenigstens nur halbwegs, also dann kannst du dein Spiel wenigstens noch registrieren. Und es gibt einen halbwegs anständigen Offline-Modus. Und jetzt kommen wir zu dem, was mich da drauf gebracht hat, mich darüber aufzuregen, und zwar folgendes, ich hatte mir Anfang der Ferien ein Spiel von Ubisoft gekauft, das heißt Spiel Brotherhood für den PC. Das wollte ich einfach nochmal nachholen, weil ich es einfach fand, dass das ein gutes Spiel war, und ich hatte aber keine Konsole mehr, auf der ich es hätte nachholen können, also habe ich mir gedacht, okay, holst es für den PC, kostet auch nur 10 Euro. Also ich nach Hause, wollte das Ding registrieren, und dann registriert nochmal eingegeben, alles, klick auf OK. Sagt er mir, ja, okay, Serverüberlastung, versuchen Sie später nochmal. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mal nicht so, raste ich mal nicht gleich aus, warte ich mal 5 Tage. Habe ich eine Woche gewartet, versuche ich es nochmal. Kommt wieder dasselbe, Serverüberlastung. Und dann habe ich mich leicht verarscht gefühlt, und habe gesagt, okay, ein drittes Mal versuche ich es noch. Und, ähm, hat es wieder nicht geklappt. Und jetzt habe ich es zwischendrin noch zweimal versucht, das heißt, ich habe es jetzt 5 Mal versucht, und es hat mir jedes Mal gesagt, die Server werden überlastet. Und Leute, also, sorry, wenn ihr schon einen Online-Kopierschutz machen müsst, dann sorgt doch wenigstens auch dafür, dass er funktioniert. Alter, weil, es geht einfach, wow, geht mir das auf die Eier. Ja, es tut mir leid, ey. Was, du, dann lass es doch lieber gleich weg. Oder mach es über Steam, weil dann funktioniert es vielleicht wenigstens. Aber Leute, ey, oh, ich meine, Ubisoft muss ja, der Serverraum muss ja aus Bambus bestehen, dafür, dass sie so eine Kackverbindung haben, dass das Ding dauernd überlastet ist. Aber ey, weißt du, sogar, ich werde mit euch, sogar ich würde es hinkriegen, so einen Online-Dienst hinzubiegen mit meinem Kartoffelruder, den ich hier stehen habe. Und dann musst du dir mal vorstellen, so ein fettes Unternehmen wie Ubisoft, Alter. Junge, warum kriegt ihr das nicht auf die Reihe? Steam kriegt das auch hin, und die sind nicht größer als ihr. Also zumindest glaube ich das nicht. Aber, Alter, ernsthaft jetzt? Warum funktioniert das nicht? Gott, es regt mich so auf. Oh mein Gott. Und deswegen bin ich auch eigentlich eher der, von der Sorte, der so ein bisschen ältere PC-Spiele spielt, die aus der Zeit, wo es noch keinen, äh, ähm, Online-Anbindungsdienst gab, wo man noch, äh, die CD gebraucht hat, um es zu spielen, was meiner Meinung nach auch immer noch der beste und effektivste Kopierschutz der Welt ist. Und das hat einem unter anderem auch tolle Sachen ermöglicht, wie zum Beispiel das Spiel einem Freund auszuleihen. Oder, ähm, das Spiel verkaufen zu können. Und Junge, äh, ich verstehe nicht, weil, ähm, das ist doch einfach, das fand ich toll. Ich meine, zumindest jetzt, ich weiß nicht, ob das Spiele-Franchise-übergreifend ist bei Ubisoft, aber zumindest hab ich gehört, dass zum Beispiel auch die Assassin's Beatport für den PC richtig ruhig sein soll. Und das ist ja auch, das ist ja auch nicht gut. Ich meine, wenn du dann es geschafft hast, dieses Spiel zu installieren, nach, keine Ahnung, wie langem Abfuck, hast du dann trotzdem noch ein Spiel, was dann wahrscheinlich, äh, prozedural, was das angeht, von allen Plattformen die meisten Bugs drin haben. Sprich, irgendeine Grafikfehler oder das Spiel stürzt ab und, keine Ahnung, und die Runtime-Routine funktioniert nicht richtig, keine Ahnung, und sowas halt. Und dann findet man sich ja noch härter verarscht als Kunde. Und da tut mir wirklich jeder PC-Spieler leid, der dazu gezwungen ist, ein Ubisoft-Spieler auf dem PC zu spielen, weil es einfach nicht funktioniert. Und, äh, Leute, äh, und auf jeden Fall, das wollte ich nur mal losgeworden sein, dass ich das total freudig finde, dass es solche PC-Online-Verifizierungsdienste überhaupt gibt, weil ich finde, dass, wie gesagt, das, ähm, CD-interne Kopierschutzsystem immer noch das beste ist, weil es einem die meisten Möglichkeiten offen lässt, das Spiel mit anderen Leuten zu teilen, ohne dass man illegale Sachen macht, sprich, Leuten das Spiel ausleihen zu können, um ihnen die Möglichkeit zu geben, es zu testen. Dann braucht man auch, ähm, keine Online-Verbindung, um es zu installieren, oder gar um es zu spielen, außer es hat irgendwie einen Online-Modus oder so. So, das wäre das Thema gewesen. Jetzt kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, was jetzt vielleicht schon ein bisschen älter ist, aber da wollte ich auch noch mal meine Sänfte zu abgeben, und zwar dieses, ähm, vielleicht einer von euch, das noch nicht mitgekriegt hatte, äh, Prinz of Pegida, sage ich da mal ganz geniegen, und, ähm, das, dabei handelt es sich um einen Trailer, den ein Deutscher gemacht hat, das war wahrscheinlich irgendwie ein, äh, ich könnte jetzt nicht beurteilen, aus welchem Landkreis der kommt, weil ich keinen Fehler machen möchte, und ich den jemand beleidigen möchte, der vielleicht aus einem anderen Landkreis kommt, aber auf jeden Fall hat sich der gute Mann, äh, ein witziges Projekt einfallen lassen, und zwar hat er halt den einen Trailer von, ähm, einem recht alten Spiel, ich glaube, das war aus dem ersten Teil von, äh, Prinz of Pegida das Gameplay gewesen, was er da genommen hatte, und hatte das halt so ein bisschen ungemodelt, auf Prinz of Pegida, und, äh, ich persönlich muss sagen, ich finde die Aktion richtig witzig, ich feiere das total, weil ich auch, ähm, ganz ehrlich sagen muss, dass ich diese ganze, Pegida-Sache ein wenig lächerlich finde, weil, warum macht man sowas? Und, naja, ähm, ich werde euch den Trailer nochmal verlinken, falls ihr den noch nicht gesehen habt, und dann könnt ihr ja mal in Kommentarform eure Meinung dalassen, so wie ich mich auch darüber freuen würde, wenn der ein oder andere von euch eventuell auch mal seine Meinung zum Thema Online-Anbindung von PC-Spielen dalässt. So, damit war's das für dieses Video, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt die letzten paar Tage Ferien noch. Schönen Tag.